Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Appenzeller Tracht und die Appenzeller Musik sind nur zwei Beispiele der gelebten Tradition. Es erstaunt darum nicht, dass eine Vielzahl von bekannten Spezialitäten aus dem Appenzellerland in die ganze Welt exportiert werden. Allem voran der Appenzeller Käs. Wegen der Veränderungen in der Milchwirtschaft musste man auch im Appenzell neue Wege für die Vermarktung der Milch suchen. Auf private Initiativen hat der Kanton Appenzell den Namen Appenzellermilch eintragen und schützen. Eine Gruppe von 32 Landwirten aus der Umgebung von Appenzell liefern ihre Milch jeden Tag an die Verarbeitungsbetriebe. Ein grosser Teil dieser Appenzellermilch kommt während der Sommermonate von den Alpweiden aus der Region. Die Bauern bekommen für das Einhalten der höheren Qualitätsanforderungen auch einen höheren Preis, der ca. 7% über dem regulären Tarif liegt. Zu den ersten Vermarkter der Appenzellermilch hat BELL gehört. BELL braucht seit einem Jahr für die Herstellung der originalen St. Galler und Olma Brotwürste nur noch Appenzellermilch. Normalerweise nimmt man bei der Herstellung aus wirtschaftlichen Gründen und weil es einfacher ist Milchpulver. Im Betrieb in Gossau braucht BELL jetzt aber für die Brotwürste nur noch Appenzellermilch und kehrt so zu einer natürlichen und ökologisch sinnvolleren Verarbeitungsmethode zurück. Bei uns im Studio begrüsse ich jetzt den Leiter des neuen Verarbeitungsbetriebs und den Initiant der Idee für die Appenzellermilch, Markus Wetter. Herzlich Willkommen! Guten Tag Pascal, guten Abend miteinander! Herr Wetter, Brotwürste mit Milchpulver oder Brotwürste mit Appenzellermilch, merkt man als Konsument überhaupt einen Unterschied? Wie schon erwähnt wurde, verwendet man heutzutage für die Brotwürsteherstellung vorwiegend Milchpulver, Milcheiweiss und andere Zusatzstoffe. Das hat den Vorteil, dass es sehr handlich ist, wenig Volumen hat und einfach dosierbar ist. Hingegen braucht man aber sehr viel Energie, um das Milchpulver herzustellen und den Konsumenten weiss überhaupt noch mehr, woher das Produkt auch kommt. Uns ist es jetzt aber gelungen, die täglich frisch angelieferte Appenzellermilch aus den Alpäden zu einem hochwertigen, 100%ig rückverfolgbaren Zwischenprodukt in Form von Milcheiweissflocken zu verarbeiten. Das hat zur Folge, dass der Geschmack bei den natürlichen, ökologischen Produkten spürbar besser und abgerundet ist. Beim Braten oder Grillieren sieht man das an der wunderbaren, typischen Brünung an und sie meckert das garantiert schon beim ersten Besse. Man sagt, dass die Kontrollen der geschützten Appenzellermilch ziemlich streng sind. Ja, sie hat eine der höchsten Qualitätsanforderungen in Europa. Zum Beispiel, Tiere wollen mindestens während 150 Tagen im Jahr auf die Welt hinausgehen können. Keine müssen weit unter den erlaubten Grenzen des Lebensmittelsetzes sehen und Einsicht in Produktionsräume. Die Milchkammer, ein Stall muss jederzeit gewährleisten für jeden Konsument. Danke, Herr Wetter. Herzlichen Dank, Pascal. Vielen Dank. Zu den Brotwürsten essen die meisten von uns am liebsten ein Stück Brot und ein bisschen Senf. Gut dazu passt aber auch ein Herdöpfelsalat, wie er morgen im Teleskop vorgestellt wird. Jetzt kann ich die Herdöpfel je nach Grösse vierteln oder halbieren. Schön da reinschneiden und eine Stunde ungefähr lasse ich die nach mariniere. Soll ich dir ein bisschen Salz und Pfeffer rein? Ja, gerne, gerne, ja. Das ist wirklich dein Job geworden, Salz und Pfeffer. Und dann kann ich da noch eine schöne Garnitur machen. Das sieht so lecker aus. Gemüse, Herdöpfelsalat, wo man jederzeit auch an Saison anpassen kann, dass man einfach die Gemüse nimmt, die im Moment Saison sind. Das ganze Rezept zum Nachkochen sehen Sie morgen über Mittag am halb eins auf diesem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Brotwürste mit Apicellermilch bekommen Sie bei uns jetzt übrigens zum Aktionspreis. Stimmt's, Tamara? Das ist richtig. Das St. Galler Brotwürste von Bell mit Apicellermilch, wie wir es im Beitrag vorher vorgestellt haben, gibt es als 2 für 1 für 2.55 Franken. Daneben hat es aber noch andere interessante Megahitze. Zum Beispiel Fox Lemon Konzentrat im Drio-Pack für 4.80 Franken. Coop Birchermüsli fix fertig im Drio-Pack für 5.10 Franken. Und zweieinhalb Kilo früher Döpfel für 3.40 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. Das war's für heute. Ein neues Buch von Betty Bossi für die blitzschnelle Küche möchten wir Ihnen in einer Woche vorstellen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen!